Die Stimmung wird ziemlich aufgeheizt hier. Wir werden gesagt, dass ein Tiefel vorne stehen, dass wir deswegen also Sicherheitsmaßnahmen hier stehen. Aber wir haben jetzt auch erfahren, dass es eine vollzeitliche Maßnahme ist. Also im Grunde genommen kann man das als Strafmaßnahme senken. Diese Leute, also wenn ich hier hinten schaue, sind sie sterben. Aber hier neben der Gasse, die fahren schon seit Stunden. Keine Toilettemöglichkeit, eiskalt, alte Menschen, Kinder sind dabei. Es ist natürlich, dass irgendwann die Geduld, Geduld eben aufrecht. Möchten Sie bitte ruhig und friedlich zu bleiben, ruhig und friedlich zu bleiben? Oh ja, für euch, ja! Das ist alles für ihre eigene Sicherheit, dass hier in drei Stunden in Richtung Markt gegangen wird. Bitte bleiben Sie ruhig und friedlich. Ich meine, es ist halt schwierig zu wissen. Also ich habe keine Augen da vorne. Also es ist schwierig zu wissen, was wirklich Tatsache ist. Also unsere Seite ist überwiegend friedlich. Also das ist was cooles. Überwiegend friedlich bis jetzt. Also das ist halt wichtig. Was wir nicht machen dürfen, ist diese Sack-Nachrichten, die wir haben. Dieses Müll, die wir haben. ARD, ZDF, Spiegel, das ganze Müll, die wir haben. Dürfen wir diese Bilder nicht erleben, die wollen Bilder. Also ich habe das gesehen vorher. Also ein bisschen Reingerei. Hier vorne ist sofort die Journalisten vorne zur Stelle, dass sie Bericht erstatten können. Oder wie gewalttätig die Demonstranten sind. Also die Demonstranten, die tragen alle Herzen, Kerzen und sowas. Also Lachen, das ist dann alle hier total friedlich. Also der eine oder andere kaut, habe ich immer irgendwo. Und hier noch einmal. Noch einmal. Die Bitte, bleiben Sie ruhig und bleiben Sie friedlich. Bis jetzt ist alle friedlich. Also es ist eigentlich ziemlich friedlich hier. Das muss man ehrlich sagen. Also zweimal war da ein Tiffer da. Also ich bin durch die Linie gebrochen. Einmal hat einer da hier hinten, also irgendein Tiffer ist irgendwie reingeschlichen. Und ich habe mir das Handy aus der Hand raus geworfen. Also irgendwie ist er dann über das Auto geflogen. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie ist er geflogen über das Auto. Aber überwiegend ist es friedlich hier. Das ist einfach so. Aber die Geduld. Die Leute müssen auf Klo. Die haben Hunger. Die sind kalt. Die sind nicht hier aus bösen Absichten. Es ist nicht so, als wenn jemand aus bösen Absichten hier rausgekommen ist. Jetzt siehst du die Menge. Die drängen sich jetzt richtig vor. Die lassen jetzt 30 Stück durch. Wir versuchen, die Gruppierungen zusammenzuhalten. Das konnte durchaus selbst irgendwie ein Tiffer. Ich habe mit den Leuten schon gesagt, dass wenn eine Tiffer kommt, sofort zerlegen. Also nicht, wenn wir nicht rumscheißen. Also wir zerlegen sofort. Also keine Zuppartung mit der Tiffer. Das sind Gewahrtäter. Das sind Terroristen. Das sind Menschen tun wir nicht. Von meiner Seite muss ich ehrlich sagen. Also von meiner Seite. Also ich stehe hier direkt neben der Polizei. Also ich weiß also, manchmal kommen wir schimpfen. Also man muss auch Lob aussprechen, wo der Lob da ist. Also bis jetzt habe ich mit der Polizei, die hier war. Also wirklich nur eigentlich Positives gehabt. Also die waren echt richtig höflich und nett. Also muss ich ehrlich sagen. Schimpfen komme immer. Also Lob muss man auch ab und zu inzwischen. Also wenn es geht. Und ein großer Lob an diese Leute. Wahnsinn, was ich jetzt mit der Sie gehabt haben. Wahnsinn, wie die rausgekommen sind. Wahnsinn, wie die Zusammenhalt haben. Wahnsinn der Liebe. Schau mal, dieses riesenfette Herz hinter mir. Das ist, was ihr hier kussiert. Soll ich mein Herz? Also das ist wirklich die Stimmung, die wir hier haben. Die Stimmung ist super. Die Stimmung ist richtig, richtig... Wie soll ich sagen? Also innig. Warm. Das glaube ich nicht. Es ist fast familiär. Ich muss nur trotzdem mein Lob etwas zurücknehmen, ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich bin. Weil ich könnte das ehrlich gesagt nicht mit meinem Gewissen ausmachen. Wir werden alle alles verlieren. Alle. Auch eure Kinder werden ein scheiß Leben haben, was nicht mehr in Freiheit ist. Und ich hätte keine andere Wahl, als zu remonstrieren. Es wäre mir ab einem gewissen Grad scheißegal, ob mein Hauskredit läuft. Weil es geht einfach darum, dass dieses Land und diese Diktatur, die hier installiert wird, dafür braucht man auch keinen hohen IQ, um das zu erkennen. In der möchte keiner mehr leben. In der möchte auch kein Beamter mehr leben. Und besonders nicht, wenn er als erstes geimpft wird. Das ist der Grund, warum ich das nicht verstehen kann. Ich könnte mich nicht hier hinstellen und Mütter und Väter hier über Stunden hinweg einsperren. Egal, ob sie höflich sind oder nicht. Auch wenn es eine andere Art des Auslebens ist, als in Berlin. Aber das liegt auch nur an unserer Friedlichkeit. Würden wir hier mit unseren Massen durchströmen, hätten die Herren ihre Feather Sprays, ihre Waffen und ihre Konsequenzen und würden Gewalt gegen uns ausüben. Und das unter Freiheitsberaubung, unter unbegründeter Freiheitsberaubung. Und da muss ich sagen, muss ich mein Lob in der Hinsicht nochmal sehr korrigieren. Man hat einfach als Mensch, nicht als Polizist, als Mensch, hat man einfach zu sagen, sorry Leute, das ist eine riesen Scheiße hier. Ich tue doch nicht Mütter und Väter und Omas und Opas einsperren. Ich bin Mensch und nicht Polizist. Und da geht das nicht mehr. Denn wir sind zum Schluss die Steuerzahler. Wir bezahlen jeden Einzelnen sein Gehalt. Nicht diese Verirren da oben. Und deswegen entschuldigt, dass ich gerade so ein bisschen aufgeregt bin. Aber ich sehe ja diese Emotionen, die hier auf dem Platz sind. Eine Oma, die fast 80 ist, mir ist schon so kalt. Die haben das doch versprochen. Da bricht mir auch mal das Herz. Da denke ich mir, wie kann man sich denn da hier hinstellen? Und sagen, ich habe Feather Spray. Ich werde nicht einnehmen-Cut-Hit. Und wenn es 8 Stunden dauert, dauert es 8 Stunden. Wenn es 10 sind, sind es 10. Das ist doch keine Menschlichkeit mehr. Und als nächstes muss man sich da auch die Frage stellen, auch als Polizist, wenn es hier um Gesundheit geht und um Hykene-Konzepte. Wie kann man denn dann so ein Superspreader-Event mitbefürworten? Wir haben doch alle Angst, dass wir sterben werden, wegen einem tödlichen Virus. Dann stelle ich mir die Frage, wie kann man dann sowas hier installieren? Kennst du jemanden, der krank war? Nein. Kennst du jemanden, der gestorben ist? Nein. Ich kenne nicht mal jemanden, der jemanden kennt. Das ist mein Problem. Das Schlimme ist, immer nur Corona-Befürworter kennen jemanden. Kennen ganz viele. Ja, das wird Miriam Hope bei viele sein. Ach ja. Bei MDR. Nein, bei MDR nicht. Das ist eigentlich, wo es leider nicht ist, weil es nicht ehrlich ist. Das ist immer lustig, weil kein Mensch kennt irgendjemanden, der jemals krank war, jemals gestorben ist, gar nichts. Und dementsprechend sage ich, dass jeder, der noch über Hygienekonzepte oder Corona redet, ist nur noch dumm für mich. Wirklich. Also ich muss ehrlich sagen, es ist nur noch dumm. Weil die Tatsache ist, es stirbt ja niemanden. Die Hälfte für meine Familie arbeitet in der Krankheitswesen, arbeitet in Krankenhäusern. Die sitzen alle in Teilzeit zu Hause, weil niemand drin ist. Es ist leer. Man sieht schon die Gewaltbereitschaft. Hier geht es um ein neues politisches System, das Sie reinbringen wollen. China-Art überwachen. Wir nennen das der Great Reset, nennen Sie das. Wir nennen das einfach ein altes Tunnel hier. Nennen wir das Kommunismus. Totalitarianismus. Deutschland steht mal wieder direkt an der Front in einem Kampf gegen globales Totalitarianismus. Wir stehen da wirklich in der Mittelpunkt jetzt. Und wie gesagt, ich schimpfe oft einmal über unsere Landsleute, dass sie so passiv sind und sich gehorsam. Aber, aber. Wenn du hier schaust, wir haben die größte Widerstandsbewegung in ganz Europa. Deutschland hat die größte Widerstandsbewegung in ganz Europa. In Berlin, laut ARD und ZDF waren wir 38.000. Wenn man jetzt die Bilder ansieht, dann weiß man, dass wir Millionen waren. Also die haben Angst. Die haben Angst. Die haben Angst vor friedlichen Menschen. Die haben Angst vor Obis, vor Mutti. In Berlin haben sie auf uns geschossen mit Wasser nach der Natalhymne. Und dann haben wir gesehen. Ja. Vor Vorwarten, hier in Leipzig-Demö. Da waren wir mehr als 20.000 Mann. 25.000 Mann. Da waren wir komplett durch. Ganz gut abgekriegt. Das war echt. Ja, hier auch. Die haben mich mit den Pfeffer-Spray. Ja, ja. Rein in der Masse. Mit Knüppel. Sie sind wieder begloppen. Ja, war echt heftig. Also, ja. Es sind friedliche Demosseiten, die von einer Gewalt hergestellt werden. So, hier der Hinweis.